und damit herzlich willkommen zurück zu grimdawn mit chantal und lafischi und kein doge slider kapper wir sind immer noch im underground transit vom wardens laboratory shit dings und ja ja wir müssen jetzt weiter laufen nach oben erst mal nach links und nach rechts nach links kommen glaube ich kann nicht weiter doch da oben sieht es aus als wenn wir da also erstmal alles in die wand geworfen ja das eine zumindest wir haben schon ein bisschen wieder level gefahren weil wir erstmal wieder hinlaufen ich glaube ich habe hier aufgehört oder so aber dann starrooms ich glaube hier waren wir schon mal also bei mir war hier noch alles oh gott ja aber aber dann starrooms kann mir bekannt weil ich glaube da waren wir auf der anderen seite schon mal und ich glaube hier war auch irgendwie versteckte wand oder irgendwas war hier weil ich kenne das spiel ja schon teilweise naja hier zum beispiel wie meine ich ja hier waren wir schon mal ne hier waren wir noch nicht stimmt hier waren wir noch nicht scavengers es hat ein paar updates gegeben seit wir das letzte mal getrockt haben wir wissen allerdings nicht genau was da wir können wir nicht lesen können also ja wie nennt sich der scheiß update um engl ist gestorben ein schlag in den unterstieg aber wenn ich lesen weil wir grüßen was richtig drauf haben und wir sind beide ziemlich aus dem spiel und ich richtig naja und kommen mit der maus steuerung klar weil ich jetzt wird ja drei aufgenommen hat wird ja 1 tschuldigung gott ich muss treu alter die spinnen also ich brauche den giftresistenz habe ich zum glück ich habe mich vielleicht ein bisschen fertig an und das stimmt auch weil ich nur viereinhalb stunden geschlafen habe aber das spiel muss weitergehen das macht ihr spaß genau sagt er und starb ok ich muss mir merken dass ich den ringfinger nicht bewegen darf außer ich bin am sterben der ringfinger ja der ringfinger liegt bei mir auf 2 und auf 2 ist der halltrank meine ringfinger hängt so halbwegs auf tab warum mein mittelfinger ist auf 1 und mein zeigefinger auf 3 und mein daumen ist so auf vb und leertaste gleichzeitig ja das habe ich auch vb und leertaste auch wenn v und b nichts machen und mein kleiner finger hängt neben meiner schiff links neben meiner schifftaste rum mein kleiner finger ist direkt auf meiner umschalttaste what the fuck die spinne hat sich gerade oh god alter verpockt hier im real life an meinem haus da war auch so eine riesen spinne gestern abend alter bin ich gestunt ich war gestunt ja und dann da war da so eine eine die hatte eine spinnenphobie alter dann habe ich hier erstmal ein bisschen angst gemacht mit der spinne ich habe eine wand gefunden die ich zweimal schlagen musste du bist ja ein assi ne aber die war wirklich riesig alter also die fand ich wirklich nicht so hübsch das mäuschen oder die spinne die spinne die war nicht so hübsch ja da wirklich drecks wie war das richtig gut war vor allem das war nicht so eine dünne spinne das war wirklich ich glaube das ist neu das war immer die spinnen stand dass sie sich so auf dem rücken leer also so rücken und die beiden haben wir auch noch nicht gesehen ja auf jeden fall ach so das war ich habe schon wieder angst bekommen weil so ein komisches geräusch war und das war einfach nur kapper ähm das wollte ich nicht da habe ich nicht gegenschlagen anschein naja ok so dann haben wir das hier oben auch geklärt und können dann weiter nach unten rechts links ich wenn man kommt auch an wo man die karte hat ja also wie man die gesicht hat ja ich drehe auch mal so ein bisschen für mich ist jetzt oben für mich ist jetzt rechts underground transit hier ist aber gar keine bahn ja hier ist eine bahn strecke transit hier ist auch keine bahn strecke hier ist eine karren strecke ja das ist dasselbe greifen wir den dankeschön greifst du den kristall an ich mach hier erstmal alles platt ja der kristall ist bei nämlich immer neu direkt zu finden ich weiß oh mein Gott du hast übrigens tausend kristalle der kristall macht übrigens richtig schaden ja deshalb rennst du ja auch an und nicht ich ich sterbe daran fast ja und ich hab tausend leben weniger als du oder so oh Gott sind das viele äh zuerst an den hier ok ich hab schon mal vorsichtshalber nen Heiltrank genommen und lauf jetzt weg ähm ich hab auch mal nen Heiltrank genommen do things oh Gott da sind so viel Feuermagier ja Alter weißt du wie viele Degatier hinter mir sind ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich kann mich nicht mehr so schnell dagegen heilen ich kann nicht mehr so schnell weglaufen ich bin tot oh ich war gestunnt ich hab schon mehr 4 Heiltränke genommen alter 5 ich hab jetzt auch schon 5 genommen also seitdem wir angefangen haben ja und du hast tausend leben mehr hat sich ich glaub der Spiegel ist gerade noch ein bisschen angezogen noch mehr? so schwer fand ich es eigentlich gar nicht also ich hab noch reingenommen natürlich muss Pappe jetzt grad Rasen mähen ja natürlich Pappe vielleicht im Hintergrund von mir also ich hör nichts ja das ist auch gut so okay Gott alter so viele Feuermagier Ich glaube, es gibt hier einfach noch viel schwere Gegner. Zum Beispiel sind der Flaming Amber Gart, den habe ich vorhin nie gesehen. Ja, auch 100 Leben. Äh, da ist so ein Ding hinter dir. Bisschen Verwirrung stiften erstmal. Aber das mit Verwirrung, also deine Verwirrung, mein Stun ist eigentlich ganz geil und dann ich da reinspringe und die ein bisschen wegbashen. Bugs gerade bei mir. Auf jeden Fall sind meine Stunjacks gerade ganz komisch geflogen. Also nicht von dir aus, sondern einfach mitten in der Map. Ach ja. Attack Crystal. Damals Spiel. Ich muss echt vor dem Attack Crystal wegrennen. Obwohl ich mich gehealt habe, sterbe ich. Und musst du mich nochmal healen, hab nur noch zwei Heiltränke. Ich hab nur 17. Ich hatte 22 am Anfang. Alter, ich hatte bei Witcher noch kein einziges Mal Problem, dass ich überhaupt gemerkt habe, dass mein Leben low wurde. Äh, ich auch nicht. Am Anfang nicht, aber das kam bei mir noch. Auf jeden Fall beim ersten richtigen, also beim, dem ersten richtigen Boss, Alter, da, der hat mich auseinander genommen. Da konnte ich gar nichts machen. Ich fand den, ja, diesen hier Zuppel vor mir ganz cool. Den Magier, der dann schwach wurde und sich erstmal durch seine Freunde halten musste. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, da hab ich mich low gemacht einmal. Ich hab mir gar kein Leben gezogen, gar kein, das hab mich keinmal getroffen. Glaub ich. Muss ich gucken, in einem Video. Oh mein Gott, ich bin tot. Bin gelevelt. Ich glaub, das Spiel ist ein bisschen schwerer geworden. Äh, ja. Kann sein. Äh, mein Schildblock, äh, was ist denn da? Ja, wir sind da schon halb durch, ne? Wie? Ja, also die Seite haben wir ja alles erkundet. Oh, ich lass mal ein Portal machen können. Was? Soll ich ein Portal machen? Ja, bitte. Äh, confirm chain, what the fuck? Äh. Ja, ist offen jetzt. Mhm. Äh, dann wollte ich nicht auf C gehen und da. Was gehen dann natürlich wieder auf Physikskillen, damit ich noch mehr Leben hab? Ich hab jetzt 1996 Leben. Du hast echt tausend Leben mehr als ich. Über tausend Leben mehr als ich. Ja, hast du denn? 860. Weil da hättest du mich nicht hier dann. Und ich bin noch nicht mal Level 20. Du bist Level 20? Äh, nicht mal Level 21. Ich höre übrigens gar nichts, weil ich nur den rechten Kopfhörer aufhabe. Wieso? Weil ich immer nur einen Kopfhörer aufhabe, weil ich sonst noch mitkriegen muss, was quasi zu mir sagt. Und jetzt noch mitkriegen wollte, was die Katzen machen. Du, sie haben das erst mal gesagt im Let's Play, glaube ich. Eins? Dann sag's mal deine Freunde. Ah ja, ah. Ich sag auch versehentlich zwischen nicht meinen Namen. Dr. Fish? Ja, ach, halt doch deinen Maul. Das hat doch keiner wissen. Mann. Das hat doch keiner wissen, dass ich promoviert hab. Dann lachen wieder alle über mich. Weil ich nur Frauen promo- äh, promologiert hab. Promoviert hab. Ich hab Frauen promoviert. Sehr gut. Gingst du unten links euch noch weiter? Ja, nur nicht, dass ich den Frauenkunden so schlecht bin. Verdammt, ich liebe Muschis. Wer das Zitat kennt. Können Sie bitte nicht sterben? Nein. Ich schnapp mich mal direkt, Alter. Okay, unten geht's auch noch weiter. Lass mich hier unten lang, geht. Da können wir den Elzer-Crystal direkt kaputt machen. Ich hasse Elzer-Crystals. Okay, nein, ich dachte, hier wäre zu. Oh Gott, hier sind Taub- Oh Gott, Alter. Nein, nein. Ich bin echt lieber richtig OP, Alter. Das nervt mich gerade irgendwie so ein bisschen an. Bist du lang unten? Du hast tausend Gegner in der Dreh, oder? Nein. Nur einen großen. Okay, der hat bei mir bis eben noch gelebt. Also ich muss sagen... Oh, das Tor ist offen. Ich muss sagen, eigentlich spiele ich lieber Spiele, in denen ich total OP bin. Das hab ich irgendwie gerne. Wir müssen Ball 1-2 noch weiterspielen. Ja, da sind wir sowieso total OP, Alter. Es gibt nur einen Gegner. Du bist OP. Es gibt nur einen Gegner. Ja, du auch. Nein. Alter, ernsthaft, es gibt fast nichts, was uns Schaden macht. Oh, fuck. Ich sterbe bei jedem zweiten Gegner fast. Das stimmt überhaupt nicht. Du machst auch richtig viel Schaden. Naja. Ja, da muss ich auch ein bisschen zielen für. Du machst einfach nur Schaden. Ja. Du musst einfach nur reinhalten. Ja. Wie im echten Leben halten. Ich muss einfach nur reinhalten. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin irgendwie gerade gestunt oder eingefroren oder so. Aber ich hasse diese Cold Runs. Das sind große Drecksviecher. Oh, 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 oh. Ich brauche keine scheiß Elixiere auf Spirit. Ich brauche Elixiere auf... Tonic of Mending. Ja, genau. Tonic of Mending brauche ich. Ganz viel. Ich habe gerade mit 200 HP überlegt, ob ich noch einen Trank nehme. Ich habe keinen genommen. Ich habe es überlebt. Ich habe mit 100 HP nicht mehr überlegt, einen Trank zu nehmen, weil ich einfach wusste, ich habe nur noch einen. Ich habe eine richtig tolle. Ich muss mir die richtig einzeln vornehmen, Alter. Oh, Furs und Hard. Hier mein Stunum gebrochen, die Pisser, beziehungsweise mein Dash. Guck dir mal, wie einzeln ich mir die vornehmen muss, Alter. Wenn ich in der Gruppe von mehr als zwei... Ich bin tot. Von mehr als einen drin stehe, bin ich tot. Warum stirbst du eigentlich so schnell? Ich meine... Ich habe nur 1000 Leben weniger als du. Aber trotzdem... Scheiße, einen Schlag von denen, ich bin richtig hin. Also wenn ich 600 Leben habe, einen Schlag von denen, ich bin tot. Aber du bist gelevelt. Ich habe übrigens einen leichten Sonnenbrand. Ich auch, von der Nacht. Ernsthaft? Nein. Was hier... Hier gibt es einen neuen Gegner, Possessed Arcanus. Den habe ich vorher nie gesehen. Okay. Nee, ich habe gestern ein bisschen viel oben ohne gearbeitet. Da habe ich mehr. Ähm. Ja, einen Sonnenbrand zugezogen. Ich war gestern nicht mal oben ohne. Aber die haben die ganzen Nacht dann halt wieder... War... Auch die Mäuschens? Nee, leider nicht. Das ist das schon immer ein paar, die sind die Mäuschen nie. Nie. Ja, weil die nicht besoffen genug sind, ne? Ja, aber trotzdem machen die es nicht. Wer war eigentlich gestern alles da? Viele, die ich kannte? Äh, ja. Herrn Brookliner, oder? Auch. Woher kommt, äh... Hitler eigentlich? Äh. Ursprünglich, äh... G.H. Und jetzt K.H. Okay. Was, K.H.? Ja. Da arbeite ich in letzter Zeit ziemlich viel. Gute Gegend oder schlechte Gegend? Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, äh... Vorder... Äh... Die Straße, die mit T anfängt, oder hinter der Straße? Ich hab gar keine Ahnung, welche Straße ist er, Alter. Das ist irgendwo, ähm... Ich glaube, äh... Es sah... Es sah besser aus als Ghetto. Hinter der CZ? Äh... Gar nicht da. Also weiter... Wenn du von G.H. kommst, weiter als G... Äh, als CZ? Können wir das bitte nach der... Gute normalen da erklären, also... Okay. 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 Das ist doch ziemlich anstrengend gerade. Wir arbeiten übrigens... Übrigens, Moment, äh... Beim Nachbarn von der CZ, sozusagen. Okay. Ist ziemlich cool. Bei der normalen CZ, oder bei... Nichts hier einfach... Nee, bei der... Stelle, von der wir gerade reden. Ich bin fast tot. Ich auch. Hätte ich keinen Trank genommen, wäre ich gestorben. Ihr habt kein... Alter, ich hab so viel Damage Overtime. Weißt du, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab 300 oder 400 Leben. Und die vier machen mir einfach immer noch 300 Schaden mehr, obwohl ich schon weggerannt bin. Hm. Mir gerade eben auch. Das ist richtig schlimm, diese Drecksviecher, ey. Ach, hier ist mal wieder was, was ich killen kann. Ein Bonebag. Ein Einzelner. Bist du gerade an den Viechern vorbeigelaufen? An welchen? Den hier. Die standen dann nicht. Ach so, ja, stimmt. Die spawnen manchmal. Also die kommen nicht aufs Erde gekrochen. Wenn man da vorbeiläuft. Äh, ja, da zum Beispiel gerade. Irgendwann called man dabei? Nee. Oder besser so. Alter, wie viele hier überhaupt noch rumlaufen, ey. So drei oder vier, ne? Rating Soldiers. Der zieht mir mit einem Schlag 600 Leben. Pass ab. Ich hab grad Full-HP. Die treffen mich grad gar nicht, glaube ich. Okay, so wie ist das jetzt? Ja, ich hab ja schon fast 100 Schaden. Oh, oh, oh. Ich hab kein Trank, ne? Ich schon. Ich musste mal weg. Ich werf von hinten Sachen rein. 200 HP? 1200 HP fast gehabt. 1000 HP. Du sagst einfach 1200 HP fast gehabt. Ich hab nicht mal annähernd so viel. Oh Gott, Alter. So viele Kristalle. Ich werde sterben. Und? Dot hat mich gekillt. Ich hab' noch einen guten Preis. Ich hab' noch einen Trank genommen. 15 Tränke. Ich hab' sieben Tränke schon in diesem Part genommen. Bzw. vor dem Part auch schon. Ich gebe dir einen guten Preis. Und was ich noch habe. Oh, fuck, Alter. Die machen richtig Schaden, die Drecksfecher. Ich weiß gar nicht, von was ich diese ganzen Schaden bekomme. Ist das das Gift? Ich hab jetzt wieder genauso viel Geld wie am Anfang des Parts. 13.600. Ich hab übrigens paar Tage gemacht, ich versuche mal die Fehler davon wegzulocken. Danke. Ich hab' gestern ein sehr cooles Spiel im Stream von Gronkh gesehen. Welches? Ich hab' schon wieder vergessen, wie es heißt. Basement? Das ist so ein Breaking Bad Simulator, würde ich gar nicht sagen. Breaking Bad Simulator. Ja, man sitzt in seinem Keller und kocht Drogen und zwischendurch kommen die Bullen vorbei. Alles im Stil von Starbound. Ziemlich cool fand ich das. Hab' mir sehr gut gefallen. Hab schon mal vergessen, wie es heißt. Ich kenne mich gerade mit 200 HP. Ich fahr' dir richtig viel durch den ganzen Schaden, die ich hier bekomme. Und ich hab' auch gar nichts mehr von dieser goldene Leiste, ey. Die hab' ich dauernd voll, eigentlich. Ja, weil du mal stirbst, wenn sie sich ja richtig auffüllt. Ja, und weil sie sich auffüllt, wenn du den Trank nimmst. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich hab' gerade auf 2 gedrückt. Wollen wir mal wetten, wieviel Tod ich überschreite? Am Ende ist das Place oder am Ende ist das Parts? Am Ende ist das Place. 10.000. Lass uns mal wetten, wieviel Tod ich dann hab'. Äh, wie fährst du jetzt? Warte. Äh, wo steht denn das? Charakter 3? Alter, es gibt so viel... Ich hab' überhaupt keine Ahnung. Äh... 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 Okay, wo hast du denn jetzt? Das ist für mich gar nicht. Charakter 3. Äh... Ja, Charakter 3. Und dann... Ähm... Total Death 42. Total Death 1? Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Elapsed Time 9 Minuten, okay? Oder 9 Stunden. Ja, 9 Stunden. Also hier sind es 8 Stunden 33. Wie viel Tod hast du? 42. Ich hab' einen, warum? Das glaub ich dir nicht. Es steht einer drin. Das glaub ich dir nicht. Bei meinem Sacred Charakter stand auch, ich hatte 100 Millionen Stunden Spielzeit oder sowas. Hm. Das war auch ziemlich cool. Also, wieviel überschreite ich am Ende das Place? Äh... Da haben wir, äh... 730. Ich hab' keiner Ahnung, wie lange das Spiel noch geht, ungefähr. Ich auch nicht, also... Es kommt ja noch ein Kapitel dazu, also... Irgendwann über Updates. Hm. Und jetzt sind wir halt bei der Hälfte, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau. Also, ich hab' Ich hier, also... Bis hier hab' ich noch gespielt und danach... Äh, unser Timer. Wir machen noch kurz das Drehsbildsende, weil ich muss mein Timer nebenbei ausmachen. Hoffen, dass ich nicht sterbe. Ach, ich bin ja nicht du. Okay, ähm... Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Fall hat euch gefallen. Heute bis zum nächsten Mal. Hau da rein und ciao. Tschüss. Tschüss.